wenn das Altwerden zur Last wird. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, DGS, sind Senioren besonders stark selbstmordgefährdet. Rund 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland pro Jahr das Leben. Der Anteil der über 60-Jährigen, die Suizid begehen, nehme zu, sagte der Medizinerin Hartlinder am Rande der Jahrestagung der DGS am Wochenende in Hamburg. 35% der Selbstdötungen werden nach Angaben der DGS von über 65-Jährigen verübt. Die Altersgruppe macht einen Anteil von 21% an der Gesamtbevölkerung aus. Besonders gefährdet sind Männer im hohen Alter. Im Jahr 2015 setzt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 1.065 Frauen und 2.715 Männer über 65 Jahre ihrem Leben ein Ende. Die Suizidraten der hochbetagten Männer sind bis zu fünfmal höher als der Durchschnitt der Normalbevölkerung, sagte Tagungsleiter Lindner. Von 100.000 Menschen nehmen sich pro Jahr zwölf das Leben, bei den Männern über 80 Jahren sind es rund 60. Hochbetagte Männer seien besonders gefährdet, weil sie nicht den Weg in helfende Strukturen finden. Wenn sie darüber nachdenken, ihrem Leben ein Ende zu setzen, sind gerade die alten Männer eine Gruppe, die kaum Hilfe sucht. Die gehen noch nicht einmal zum Hausarzt, sagte Lindner, der Oberarzt für gerundte Psychosomatik und Alterspsychotherapie ist. Das Risiko ist nach Angaben der DGS besonders groß, wenn die Senioren vereinsamt sind oder auch alkoholabhängig. Anmerkung der Redaktion, Suizidalität ist ein schwerwiegendes gesundheitspolitisches und gesellschaftliches Problem. Wenn sie selbst zu dem Kreis der Betroffenen gehören, finden Sie zum Beispiel Hilfe bei der Telefonseelsorge, www.telefonseelsorge.de. Unter den Rufnummer 0800, 111, 01, 11 oder 0800, 111, 02, 22 sind die Berater rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe sind anonym. Hilfe für Angehörige und Betroffene bietet auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranke durch Telefon und E-Mail-Beratung. Unter der Rufnummer 018 059 50 951 und der Festnetznummer 022 87 100 2424 sowie der E-Mail-Adresse www.seele.de.de können die Berater kontaktiert werden. Direkte Anlaufstellen sind zudem Hausärzte sowie auf Suizidalität spezialisierte Ambulanzen in psychiatrischen Kliniken.